willkommen zurück bei der wir sind ja auf dem weg zum cascade lakes hinterhalt camp er hat jetzt gerade etwas gesagt von wegen scharfschütze schützen hinterhalts camp steigt mal kurz ab und gucke mal wo er denn gesehen hat also hinten kann ja noch nicht gesehen haben wo ist denn ich werde doch so vor die irgendwelche probleme bereitet er wird wahrscheinlich wirklich da hinten das camp gemeint haben ich sammle meine beute hier ein keine beute muss das ja wo sie ihn ja muss man auf klo soll es findet wir länder mit umzugehen wieder zurück hoch ich vermute jetzt einfach mal mit den da hinten gemeint das camp schon da liegt auch noch was rum auch mal auf alle fälle das ist gut für den molotov dann möchte ich da einfach okay ich möchte aber eben kurz hier gucken füllen wir die munition nehmen auf was haben wir da oben das ist nicht das wo wir vorher schon mal waren wir haben noch aber die ja gut ein bisschen hat sie sehr gelohnt machen jetzt nicht hier 100 funde drunter ja gut kann ja nicht immer wein den schon wieder gesehen das sieht ja ständig sachen jetzt habe ich noch gehört da ist er so jetzt geht es aber wirklich weiter genug zeit verpleppert wir wollen zu dem camp das ist da vorne um die anfahrt ist da lang ok naja schon der scharfschützer die maschine mal hier ab dann kann ich den ganz bequem von hier erledigen jeden einzelnen dieser verflucht 15 stück tatsächlich schon den nächsten scharfschützen darum okay wo ist er genau da ist ein bisschen höher das gute ist er kann mich eigentlich auch nicht sehen da keep out wo kommt das denn her das ruhe da latscht der nächste oh da ist kerosin da hängt einer ich glaube der bräuchte ich glaube der bräuchte mehr helfen ich glaube der bräuchte mehr helfen das wird jetzt eine kanne dann brauchen wir einen molotow ganz normal gehen vorsichtig weiter ran ja dann sind wir noch ein stück höher ich da sind die da sehe ich ihn was sagt ihr dazu jemand schießt zurück gefällt euch das ich glaube ich habe jemanden gesehen hast du die war jetzt aber selten dämlich da stehen wir welche ja Ja, stimmt das nicht. Das kann es mal von ausgehen. Das kann es mal von ausgehen. Hey, bringt ihr gar nicht, du, Dreckskerl. Da kommen welche! Greif ihn an! Vorsicht! Ich seh dich, Arschloch! Der läuft doch nicht! Zeig dich! Oh, 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 oh! Scheiße! Wir haben ihn! Wir haben ihn! Wir haben ihn! Wir haben ihn! Getroffen! 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 Den hatte ich nicht gerechnet. Wo kam der denn her? Du bist doch, du weißt doch, wen du da was wirst. Ich bin's nämlich nicht. Was ist das? Mehr habt ihr nicht drauf? Haha, das dachte ich mir. Das nächste Mal, wenn ihr jemanden überfallen wollt, dann passt auf, wen ihr euch aussucht! Ja, ja. Nicht mich. Die sehen doch aus, als könnten sie hier einen unterirdischen Bunker haben, oder? Das denke ich mal. Werden sie. Den werden wir auch gleich finden. Oh nein! Nein. Nein! Nein! Jetzt suchen wir mal erstmal hier so. So. Hier können wir den Schrott auch mitnehmen. Ja, man merkt vielleicht, ich liebe dieses Gewehr. Das ist klasse. Ja, da hoch. Eine Rohrbombe. Oh Gott, nehmen wir auch mit. Na ja. Und langsam wird es auf jeden Fall realistischer recht gegen die Orde der Ankämpfer. Oder noch? Das will ich nicht. Okay, hier ist auch nichts mehr. Schön, da ist das kalte Wasser. Ist voll. Gut. Dann, glaube ich, habe ich den oberen Bereich hier abgesucht. Gehen wir in den Bereich herein. Was ist da? Ach, da haben wir den Bunker schon. Gehen wir in den Bereich. Ja, hier ist der. Gehen wir in den Bereich. Gehen wir in den Bereich. Wo ist denn denn? Da ist die Karte. Wie praktisch. Eine Karte. Jede Menge Markierungen. Sehr schön. Die Missionen abgeschlossen. Ich schätze mal, die brauchen sie. Gehen wir mal, ob hier noch etwas besonderes hinzugekommen ist. Da. Eine Forschungsanlage. Die kennen wir ja schon. Sonst aber. Ja, die Nester. Na gut. Ist ja auch was. Falsch. Falsch. Chub, 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 chub. Okay, wir werden weiter angucken. Ja, die Besucher kommen. Aber ich bin noch nicht fertig. Leute, stört mich nicht. Wir werden wissen, ob hier noch was. Nehmen wir mal mit. Benzin. Ja. Haben wir ja alles auch angeschaut. Gehen wir mal zurück zum Motorrad. Tanken jetzt noch. Mal. Is darin der was? Ne. wo sind die gute maschine muss ja nach vorne wo sein da läuft ein bär rum egal wie auch immer ich mache jetzt erstmal eine pause wir sehen uns im nächsten video wieder bis dahin macht's gut ciao 1 2 3 4 5 6 9 10 10